Einschlag, und was für einer! Da wird sich rot gleich gedrückt, ja, das ist richtig. Da die Kürt, ist denn der da, der angeschlagen spricht? Das ist beim Anbremsen der Haarnadelkürtel passiert, da kommt man ums Eck rum und muss dann bremsen. Da hat ihn wohl verloren, wahrscheinlich hat es hinten überbremst, würde ich mal sagen. Das wäre der normale Grund, die Bremsscheibe liegt hinter dem Auto auf dem Boden, also vom hinteren Rad wahrscheinlich. Von dem, dass es weggerissen hat, da liegt eins da rechts. Also es war schon heftig, normalerweise, die Räder dürfen da nicht so weg gehen. Nein, nein, die sind mit Seilen gesichert. Die gesamte linke Seite, schau mal, das war schon ein heftiger Einschlag. Das war ein heftiger, ja. Weißt du was, das ist jetzt die Startabstelle, weil es sind 36 Sekunden, kann keiner mehr eine Zeit fahren, das war's. Raus und vorbei, Rausberg und die Pole, vor Hamilton, Bottas und Vettel dann an 4. Ja, das wird sein. So, jetzt Onboard und wir hören auch ein bisschen hin. Oh, der ist auf den Dreck gekommen. Boah, ein Überschlag, ein Überschlag. Der ist auf den Dreck gekommen, achten Sie jetzt darauf. Na, da sieht man es nicht. Und der Bottas kam kurz danach. Da wattelt noch der Heckflögel. Also selbst verschuldet? Ja. 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 Er weiß es selber. Was ist passiert, ich bin aufs Gras gekommen. Ja. Ja.